Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die Neuigkeiten von Tuba Büyüküstün von Engin Akurek mitteilen. Tuba Büyüküstün machte schockierende Aussagen über die Familie ihres Vaters Engin Akurek. Alle Details finden Sie in unserem Video. Bevor wir mit unserem Video fortfahren, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Auch Ihre Kommentare sind uns sehr wichtig, liebe Follower. Als unsere lieben Anhänger Tuba Büyüküstün und Engin Akurek die Bühne betreten, können ihre Rollen nicht wahrgenommen werden. Tuba Büyüküstün und Engin Akurek sind die beliebtesten Paare in der Türkei. Dieses Paar hatte immer enge Freunde gesehen, aber ihre wahre Freundschaft war viel enger und sie hatten eine sehr tiefe Bindung. Tuba Büyüküstün löste mit schockierenden Aussagen eine neue Welle des Feuers in der Wurzelpresse aus. Zu diesem Thema machte Tuba Büyüküstüns Vater Serdar Büyüküstün schockierende Aussagen über die Familie von Engin Akurek. Serdar Büyüküstün sagte, dass die Familie von Engin Akurek kulturell reich sei. Es gab immer untrennbare Auseinandersetzungen zwischen Engin Akurek und seiner Frau. Es gab ständig Probleme zwischen Engin Akurek und der Familie von Tuba Büyüküstün. Bisher war es nicht bekannt, aber Tuba Büyüküstüns Vater stand der Familie von Engin Akurek sehr nahe. Tuba Büyüküstün hat zu diesem Thema nichts gesagt. Engin Akurek war der Nachbar von Tuba Büyüküstüns Vater. Diese Aussagen überraschten die türkischen Medien und die Freundschaft dieser beiden talentierten Schauspieler wurde zu etwas ganz Besonderem.